Für die Rüben- und Kartoffelernte wurden von den Unternehmen Grimme und Ropa innovative Lösungen im Bereich Prozessüberwachung durch digitale Kameratechnologien entwickelt. Mit Grimme Smart View steht eine innovative digitale Kameratechnologie zur Verfügung, die besonders die Prozessüberwachung auf dem Kartoffelroder fokussiert und eine intelligente und vollautomatisierte Bilddokumentation während der Ernte ermöglicht. Das System bietet mit Zoom-Funktionen, Live Slow Motion oder der individuellen Konfiguration der Kamerabilder auf dem Multi-Touch-Display eine verbesserte Funktionsüberwachung im Erntegutstrom. Nachjustierungen der Kameras gehören damit ebenfalls der Vergangenheit an. Für Smart View, das die Qualitätskontrolle während des Kartoffelernteprozesses vereinfacht und optimiert, wurde Grimme Landmaschinenfabrik mit dem Innovation Award Alketechnica 2019 in Silber ausgezeichnet. Auf Wiedersehen!